dafür bräuchte ich den Stammfach so hier haben wir auch noch den Prozent neuen Unruheherd ich habe hier gerade Fragmenter ein doch das hat schon bei mir gestartet bin unterwegs Leeroy die ziehen aber ganz schön viel Schaden ab hier älter der schwarze Adler ist gelandet ja ja so ich glaube wir sollten erstmal irgendwie wieder unseren Dings her loswerden nein anderes Fragezeichen ok achso erstmal ja Unruheherd ok schon wieder ok fang schon mal an ich hole hier oben mal eben das Datenfragment ja hallo die halten aber ganz schön viel aus einfach töten woher oh nein wir gehen BG wow BG ALTER BÄM Ist ein bisschen heftig Zeit mit höchster Alienbekanntheit 3 von 20 Minuten Hä? Wo ist er? Ach da oben! Tötet mich gerade Schmerz Kleine Schlawutzki Bei mir backt das ein bisschen rum Auch AP Auch AP Aua Alter Der schwebt bei mir die ganze Zeit in der Luft und trifft mich Das ist toll Oh, Alter, was macht der denn hier? Ach, daneben Hallo? Äh Irgendwie spackt das hier ein bisschen rum Los, einmal nachladen Los! Los! Ja! Hab schien! Jetzt aber mit Schmackes hier, ne? Er ist tot! Oh yeah, bitch Das ist irgendwie lustig Egal So Ähm Geht's da jetzt weiter Ja, wollte ich gerade auch sagen Chaoslauf Au! Blöder Polizeiwagen Ding Blöder Polizeiwagen-Auto-Teil Oh yeah! Meins! Das war ich auch gerade auf dem Weg hin Das war der Köch holt ich auch noch Scheiße! Meins! Ja, wir sind da Yeah So, das müsste jetzt glaube ich schwer sein, also hart Keine Ahnung Let's move that gear up Ah, Team Fortress So schön Gooo! Nobody else comes, Crouch Au! Sehr schön, dass ich umgerannt wurde Aber nicht von mir Nein, von wem sonst? Ich bin unschuldig Wohl kaum von einer normalsterblichen Person Haha, natürlich Du hast ja auch ein paar grüne Kugeln da Du sollst schon auch ein paar einsammeln, ne? Äh, ich sammle welche ein? Hallo? Ich hab dir gerade mal zwei oder drei Stück liegen gelassen Hm? Dann wird das bei mir auch ange... Dann werden die normalen grünen Kugeln bei mir auch angezeigt Ich wollte nämlich gerade sagen Also ich, äh, lass hier eigentlich so gut wie gar nichts aus Yeah! So, ich glaube jetzt haben wir nur noch auf den anderen Inselteilen hier diesen Chaoslauf Genau Und das? Ne, das war jetzt Mittel... Ach, das, äh, vorhin, das erste, das war schon hart Oh! Sehr gut! Ja! Nicht schlecht Wir sind zu gut So Was sollen wir dann jetzt machen? Flucht? Ähm... Ähm, 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 ähm Ja, also, ähm, ich sag mal so, wir sollten jetzt, äh, nicht zu viele Gebiete jetzt schon einnehmen Weil wir ja dann noch, äh, die, bei den Herausforderungen hier diese, äh, Alien-Typs, die es ja auch noch alle erledigen müssen Ähm, ähm, pass mal auf Erstmal holen wir uns Bargeld Das muss ich nicht Du nicht? Oh gut Ähm, ja komm, machen wir erstmal hier die, äh, nächste Aufgabe Die Flucht Ja, ja Mach du nochmal Doch Was ist denn das? Hey buddy, nur ein paar Leute. According zu dem, was ich able to decipher, die Simulation ist designed um die Bestes und die Brightest specimenen aus verschiedenen Worlds. Bestes und Brightest? Wie groß ist das Ding? Groß, aber sie haben noch nicht auf die Erde gehört. Das sind die größere Stadt. Lass ich gehört, Oleg war auf der Camp David. Diese Ort sieht nicht aus, dass es noch nicht getroffen ist. Wo bin ich in der realen Welt? Ich bin nicht mit meinem Körper. Es ist... in einem selben Ort. Hey Ace, wenn du frei bist, ich packe dich auf der Plattform. Immer schon, was hier sind, ne? Ach verdammt. Das war nur gerade hier eine Leuchttafel, die so aussah. Da ist noch eins. Sammel ich eben kurz die auf den hohen Gebäuden ein. Ich bin ja schon hier oben. Ich sammle die beiden hier oben auch noch eben ein. Huch. Da ist noch eins. Junk. Dann lädt er bei mir nicht immer den Sprung auf. Ach, hier ist auch noch eins. Okay. Hast du was alles? Ne, Moment, da ist noch was. Das ist aber auch ein Unruheherd. Egal, ich ignoriere den Herd. Du sollst auch nicht kochen. Ich mein... Ach, der ist sowieso nicht aktiv. Okay. Kinsey ist lockt. Tür eintreten. Ja, wenn du es nicht schaffst, ne? Tschüssi. Was ist hinter der Tür? Wo bin ich? Huuu. Huuu. Kannst du zuerst ein Baby sein und einfach in die Hand gehen? Schau, wir tun das in meine Zeit. Huuu. 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 Wie sieht's so bescheuert aus? Huuu. Huuu. Oh Gott, der Lockenkopf. Bei mir nicht. Oh Mann. Du bist grad ausgeploppt. Was? Du bist grad geploppt irgendwie. Sah merkwürdig aus. Oh Mann. Du bist grad ausgeploppt. Ich glaub ich hab das ja zu viel gesoffen. Wir haben das wie Nils von 12. Huuu. Hast du dir das auch so viel Alkohol getrun wie ich? Nee, eigentlich nicht. Ich hab keine Probleme mit Alkohol, nur ohne. Huuu. Ey, kotzt mir die auf was, ey. Haha, du bist so kotzt, gerade. Lass mich vor. Ich bin neustern als wie du. Von den leichten Landweinen ist mir Gognac immer noch am liebsten. Oh Gott. Oh Gott. jetzt geht es mir auch nicht mehr ganz so mein Leben hat keinen Sinn mehr der Klügere kippt nach es ist schlimm hier junger Mann sind sie Brillenträger nein die Druckstelle ist vom Bierglas oh Gott irgendwie geht es hier nicht weiter jetzt schon, jetzt habe ich gerade schon aufgemacht nicht verrate ich nicht, es ist ein Geheimnis wo bin ich? so, die Lockenbitch ist zurück er hat immer noch eine Waffe hast du das gerade gesehen? bei mir ist er aufgestanden und wieder umgekippt echt? ja, das lässt sich aus Fußball! Tor ein Tor ein Tor ein Tor lass Max in Ruhe Max chillt siehst du? ha 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 es ist auch schon tschüssi I'm in the valley of the beast halt halt, warte auf mir ok hallo guck mir nicht mit das Röckchen er ist ganz schön vor nur da schon was hier machst ne hallo ha human hi jolo leeroy jenkins jenkins sie kreis Schlawuzzi ja attacke n joh 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 attacke die Aschgangen stehen sogar auf Kommst du? Ja, bin schon da. Hallo, Mama. Ich bin nicht deine Mama. Wie oft soll ich das noch sagen? Ja, Punkt. Ja. Huch. Hä? Ich konnte gar nicht angreifen. Das war ein bisschen mysteriös. Ah, voll die Eier weckerauen. Du musst sie immer noch abschießen, dadurch sterben die nicht. Ach so. Sehr gut. Okay. Geht sterben! Tell Senior, he's going down!